Hallo Leute, zu einem neuen Video von mir. Boah, das ist schon scheiß Licht. Warte. Hab's gar jetzt. Okay, ist hell. Also, in diesem Video sag ich kurz ein paar Sachen. Also, meine Kamera ist verreckt. Mal wieder, wie immer. Also, es ist verreckt. Und darum muss ich mit dem Handy filmen. Darum siehst du gerade so scheiße an die Kamera. Und, ja. Darum werde ich also mein Urlaubsvideo machen. Weil wir fahren im Urlaub. Ich sitze gerade im Auto. Es ist 3 Uhr, bereichlich. Toll, ne? Wir fahren immer ab. Grüß. Und, ja. Das war's eigentlich schon mit dem ersten. Ja, wir fahren im Auto. Es ist noch dunkel draus. Kammern früh. Schön dunkel. Ein paar Sachen weh. Mein Körper ist auch da. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Ich, wenn's ungefähr jetzt 4 Uhr ist, dann melde ich mich nochmal. Ja. Also, jetzt ist 4 Uhr. Boah, meine Nase. Also. Jetzt ist 4 Uhr. Wir fahren immer noch Auto. Es ist immer noch dunkel draußen. Man sieht. Es ist einfach nur schwarz. Schau mal oder was. Sind's meine Füße? Also. Hier steht hier einfach nur schwarz. Es ist dunkel. Und, ja. Und, ja. Wenn es, also es dieses Urlaubsvideo wird, wahrscheinlich mehrere Teile haben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinem Handy, weil meine Kamera kaputt ist, mit meinem Handy das irgendwie zusammenschneiden kann oder so. Und darum guck ich mal, ob ich zusammenschneiden kann. Aber ich kann ja nicht immer halt das zusammenfügen. Und darum werde ich jetzt mein Handy auf Pause stellen. Aber ich weiß nicht, ob mein Handy 2 Stunden durch hält. Weil ich würde mich dann wieder um 6 Uhr melden. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mein Handy durch hält. Zur Not mache ich auch einen zweiten Teil. Okay? Also. Ich hoffe, mein Handy hält es durch. 2 Stunden. Auf Pause zu stehen. Weil es ist ja 4 Uhr. Und ich würde mich gerne um 6 Uhr melden. Weil wir um 7 Uhr. 15 Papa? Ja. 7 Uhr 15. Ungefähr, ähm. 3 Uhr 15. Und dann würde ich euch noch draußen das Logo oder halt das Außenbereich zeigen, wie das aussieht. Ja. Also. Mal schauen. Mal gucken. Ciao. Mal gucken. Wir waren gerade bei der Tankstelle. Um nicht zu tanken, sondern um uns aufzurufen, um die Toilette zu gehen. Und ja, jetzt ist es 5.50 Uhr und jetzt fangen wir weiter. Und wenn wir da sind, zeige ich euch, wie es aussieht. Also, bis gleich. Also, es ist jetzt 6.25 Uhr und der Mund ist immer noch da. Der Mund? Ja, das ist da oben. Und es ist hell geworden. Guckt mal. Und das Schöne ist noch, es schneit. Ist das nicht toll? Also, das sieht man voll, wenn es schneit, ein bisschen den Bergen, wir müssen gerade ein bisschen den Berg hochfahren, ein bisschen Unterfahrt und Schuhe. Und ja, also, wir fahren jetzt noch ungefähr eine Stunde, 45 Minuten, keine Ahnung, 45 Minuten, eine Stunde. Und ja, ich zeige euch dann noch dieses Hotel von außen. Ja, also, bis gleich. Also, wir sind jetzt da, an unserem tollen Hotel. Das Licht ist gerade jetzt scheiße. Und ja, also, das sieht so aus. Ich gehe über die Straße. Das ist so groß, diese Scheiße. Ich bin auch völlig gut durch. So sieht das voll aus. Ja, so, das ist auch noch das Kunststück. Kann, oh, da! Ja, so sieht es aus. Und ein großes Kunststück. Und ich mache noch mehr Videos. Ähm... Nein! Ähm, also ich frühstücke, wir frühstücken jetzt gleich und so. Und dann... Lade ich das Video erstmal hoch und tue das Video korrigieren und ein paar Sachen verbessern und so. Und dann tue ich es reinstellen und dann tue ich schon das Video machen. Dann zeige ich euch. Mache ich wahrscheinlich ein Frühstücksvideo, was ich zum Frühstück esse. Ciao! Vielen Dank. Ciao! Vielen Dank.